Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Ich bin hier gerade noch mit dem Atze am Basteln, ja ich zeig euch glaube ich erst mal das Krasse. Das eine kann ich euch auf jeden Fall nicht zeigen, weil das irgendwie scheiße ist, es geht nur manchmal. Manchmal, aber nur manchmal, ich darf jetzt hier kein Kontakt machen, mal gucken ob es geht. Uah, nee Quatsch, was mache ich denn? So. Genau. Und wenn ich jetzt nur hier, wenn ich jetzt nur hier, wenn ich jetzt nur hier, wenn ich einen Finger ran mache. Das ist aber noch gar nicht mal so wild. Mal gucken ob ich das jetzt hinkriege. Und zwar tue ich jetzt die Geschichte hier drauf. So. Jetzt geht's aus. Geht's jetzt gar nicht mehr an. Doch. Und dann geht's wieder an. Mal gucken. Aber ist jetzt, ja doch jetzt kommt's langsam. Mal probieren. Mal probieren, das mal nochmal. Und jetzt ist sie wieder aufgeladen. Mal probieren, das ist jetzt auch nicht so gut. Nämlich würde ich die Lade zu sein. Mal probieren, das war noch einmal. Ich seh nicht, ich muss mir mal ein klees bisschen Licht machen. Aber dann seht ihr es wieder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat. Also nochmal, wir laden wieder auf. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gesehen hat. Es leuchtet ab und zu, gehe ich hier ran, dann kann ich das hier ein paar Minuten halten, gehe hier ran und es leuchtet wieder. So, jetzt hier. Schwingung tot. Kurz geschlossen mit dem Finger und jetzt tue ich einfach nur den Finger weg. Scheiße, zack, seht ihr es? Jetzt geht es aus. Jetzt müssen wir kurz warten. Jetzt ist es gewackelt, aber, seht ihr das? Das kommt wieder. Guck mal, das kann ich echt nicht so. Das ist jetzt mal von oben rein. Ich mache aus. Zack. Weiße und grünen ist aus, Finger weg. Sofort wieder da. Jetzt ist es glücklich geladen. Okay. Mal gucken, ob ich es jetzt draufkriege. Jetzt leuchtet es sogar hier ein bisschen. What the fuck? Ich glaube, jetzt bin ich mit dem Finger reingekommen. Ich kriege die Kamera nicht drauf. Also, mein Auge sieht es. Hä, wieso kriegt die Kamera das nicht drauf? Okay, jetzt geht es nicht mehr. Ha, alles noch mal. So, dass ihr hier mal ein bisschen den Pool seht. Ich gehe jetzt mit der Schaltung auf den Pool. Das ist nix. Ah, ne Quatsch. Das habe ich das falsche angegriffen. Nein, jetzt geht es nicht mehr. What? Was ist denn wegen dem Handy oder was? Und? Oh, wie soll ich das zeigen, wenn das nicht so hell ist? Was ist denn für eine Scheiße? Jetzt geht es nicht mehr. Hä? Ey, das gibt es noch nicht. So, jetzt geht es mal ran. Jetzt gehe ich mit dem Finger und den Ehenkugel. Hä? Jetzt kriege ich es nicht mehr aus. So, muss ich erst weg. Kurz weg, kurz weg, kurz schließen, mit dem Finger. Also, instant wieder an. Ich habe es ja vorhin gesehen, wenn ich es langsam dann abgeklungen habe, sage ich mal. Oder ich muss es jetzt wieder einmal entladen. Oder länger drauf bleiben. Oder länger drauf bleiben. Nein. Kommt so fort wie noch. Jetzt ist die Schwingung abgerissen. Ab welcher Licht, ich mache mal, ich mache mal das Handy-Licht weg. Jetzt Finger weg. Ist sofort wieder da. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin, so. Jetzt kriege ich das nicht mehr hin, so. Jetzt geht es wohl aus. Jetzt muss ich es länger machen. Wahrscheinlich mal richtig kurz schließen. Ist jetzt weg. Ist sofort an. Jetzt leuchtet es so gegen den Arm. Krönisch-Märzig. Und da w essay ein paar mal rein. Ikke es auch gut. throw git in. Kaffee für den sporten das kumpel das ist scheiße sie noch nicht so schön ich will dir unser video gesehen hat jetzt ist es glücklich entladen wenn ich jetzt so rangeh jetzt glücklich genau schwingt sich so das komische ist das entladen klappt irgendwie nicht immer und dann muss ich das Moment, also wir legen den Pool auf neutral, sage ich mal, laden hier den Kreml auf, es geht erstmal aus. Schwingt sich so, und jetzt müsste ich, zack, ich hoffe ihr habt es gesehen. So, wenn ich es jetzt auch nochmal machen will, geht es nicht. So, wenn ich es jetzt erde, nochmal, okay, jetzt müsste es aussehen, wenn ich jetzt ran mache, müsste es sich langsam erst hochschauen werden, mal gucken. Nein, sofort da. So, und weil das jetzt so üben geladen ist, geht es nicht, ne? Geht nicht. Wenn es denn vorhin noch geladen wird, dann sind wir ausgeglichen. Ich würde sie gerne eben mal hinkriegen, dass ich selber auf Kamera sehe, ob es funktioniert. Jetzt geht es irgendwie nicht. Nochmal hier ran. Jetzt ging es bei mir. Ich denke mal, es geht weg. Ich glaube, jetzt hat man es auf der Kamera gesehen. Wie oft kann ich denn das jetzt machen? Bis zum St. Nimmerlandstag oder was? Hm. Das ist ja interessant, oder? Es geht aber ein Beben. Aber wenn ich es eben mal auf dem Pool der Batterie gemacht habe, geht es nicht mehr. Dann tue ich den Pool gleich. Und noch mal gleich? Als jetzt geht es wieder nicht mehr. Nuche noch nicht mehr. Nein, wenn du hier das Wasser ist, dann scha主ziehen. Ha! Muss ich mal noch ein bisschen rumspielen. Jetzt probiere ich das noch mal. Und zwar habe ich hier ein Kabel. Oh nein, das ist umgefallen, Schatz. Und das ist am Pluspol der Batterie. Und ich gehe jetzt noch mal... Es hält natürlich nur so, dass der Kameramittel nicht passt. Wollen wir mal das Ding passend. So geht es nicht. Wenn ich jetzt hier die Basis fest halte... Ah nein, Minus. Zack. Zack. Und wenn ich rangehe... Ne, jetzt geht es. Hä? Ach, ich bin ein Trottel. Ich wollte es doch am Plus zeigen. Ne, Quatsch. Hä? Hä? Da mache ich Stimmen. Ich probiere das jetzt auch mal am Plus. Hä, jetzt geht es so in Plus. Was? Okay, wir holen uns jetzt mal hier von der Batterie das Minus hier. Und da ging das eigentlich nicht. Und da geht es nicht. Jetzt muss ich hier wieder hinzoomen. Also ich stelle es nur hier... Leuchtet nicht. Ne, jetzt gehe ich kurz an den Pluspol. Ich zeige euch das gleich im Dunkeln. Jetzt geht es ein paar mal in den Pluspol. Jetzt geht es... Achso. Jetzt muss ich wieder... Ne, geht nicht. Schauen wir mal, wie man sieht. Schauen wir mal, wie man sieht. So. Wenn ich jetzt so mit der Schaltung einfach hier rangehe, dass die ein bisschen leuchtet, weggehe, dann hier mal ran und... Jetzt geht es nicht mehr. Oh, Mensch, warum denn... Ich will eigentlich am Pläne da... Ich will eigentlich am Pläne da... Ne, aber nochmal, ich muss das gar nicht. Jetzt geht es die ganze Zeit, aber... Also vor uns ging das nicht. Oh, Mensch, Meier, ey. Eigentlich muss ich so rumgedacht, ne. Also... Mö, ich muss... Das ist nicht mehr mal, ob ich.... Hmm! Ihr seht, jetzt ist es dunkler. Jetzt leuchtet es nicht mehr. Jetzt gehen wir wieder ran, aber wie ist das denn vor uns? Ach so, das muss ich jetzt erst wieder... Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt hat es wieder... Ich hoffe, man sieht das. Gesehen? Irgendwie ist es jetzt nicht mehr stabil oder muss ich den mal loslassen? Ganz leicht. Das seht ihr jetzt auch nicht. Für uns soll es viel hellen, ne? Ja. 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 also das ist schon verrückt aber ich dachte das ging vor uns ohne dass ich einen finger dran hatte immer aufladen das ist jetzt auch nicht so hell wie vorhin dann muss schon die andere das gibt es noch nicht jetzt schwingt es nicht mehr schwingt sich langsam hoch und dann geht es auch gegen dings kurz minimales mann naja gut jetzt ist erisch an zack abgerissen kurz ging es so wenn ich jetzt hier dagegen gehe laden wir das mal jetzt geht es wieder gegen dings dauerhaft schon fing an die jetzt alles mit so Es geht jetzt schon. Das kann ich mal hier reinstecken. Das kann ich mal hier reinstecken. Das kann ich mal hier reinstecken. Jetzt ist es weg. Das kann ich mal hier reinstecken. Gerade ging es die ganze Zeit. Das kann ich mal hier reinstecken. Das kann ich mal hier reinstecken. So, kurz laden. Das kann ich mal hier reinstecken. Das kann ich mal hier reinstecken. Das kann ich mal hier reinstecken. Ja, geht nicht. Also man sieht, wenn das hier eine LED angeht. Jetzt sieht man es eigentlich ganz gut. Jetzt leuchtet ich mal mit der Kamera. Mit dem Handy. Das ist der RMF von Torsten. Da leuchtet hier eine LED. So, jetzt ist er glücklich angeschaut. Und jetzt. Und jetzt aus. Ich mach mal angeschaut. Ich mach mal angeschaut. Das ist ja die LED hier. Und jetzt leuchtet die fast gar nicht. Wenn ich jetzt hier einen Pol ran mache. Wenn ich jetzt hier einen Pol ran mache. Leuchtet die. Hä? Irgendwie. Was ist denn das für ein RMF hier? So. Ich hab jetzt noch was lustiges. Also Torsten sein RMF hab ich jetzt mal eingeschalten. Und ich hab hier diese Schaltung wo ich die LED bisschen leuchten lassen kann. Wenn ich mit dem Finger ran gehe. Wenn ich mit dem Finger weg gehe. Ist alles. Und ja. Und ich geh jetzt mal mit dem Finger ran. Ich muss ich sogar sehen. Die Weggel. Ich kann es so hinlegen. Ein bisschen. Dass ich was sehe. Und du jetzt beim Torsten sein RMF. Die LED beziehungsweise das Display einschalten. Guck dir mal was da passiert. What the fuck. Also ich glaube das hat irgendwas mit dem RMF hier zu tun. Gucken wir mal wenn ich ihn ausschalte. Ist trotzdem. Ne. Minimal leuchtet. Jetzt mach ich wieder an. Und mach das Display vom RMF an. Ne. Ist die LED hier mein. Und. Gut hell ne. Stufe 2 geht über. Stufe 3 geht auf allen Stufen. What. Ha. Da muss ich mal rumfummeln. Ha. Ich hab den RMF jetzt mal rausgezogen aus dem Stick. Auf der Steckdose. Geht nichts mehr ne. Jetzt guck mal hier. What the fuck. Jetzt ist das so hell. Alba. Ne. Ich hab ja das Licht an Jungs. Was. Ne. Wenn ich jetzt hier einfach mit dem Finger rangehe. Wenn ich jetzt den RMF wieder einstück. Ich dachte jetzt erst der verursacht das alles. Sag ich mal. Aber. Ne. Ne. Da bremst das. Guck mal. Scheinbar. Bleibt diese LED hier. Da mit. Irgend. Also. Mit demselben. What the fuck. Hä. Achso. Also. Was ich damit sagen wollte. Dass. Die beiden LEDs sich das jetzt teilen. Und wenn ich den rausziehe. Dann ist die vier hin. So. Komm. Gehts an Plus Uhr. Geht an Plus Uhr. Ja. Moin. Okay. Das ist jetzt das letzte. Oder was. Ja. Moin. Jetzt gehts ja erst mal richtig an. Komm. Oh. Aha. Basis ist nicht so hell. Basis? Minus. Woh.